Hello meine Lieben, mein Bruder hat nächste Woche Geburtstag und ich und meine Mama werden jetzt nach Wiesbaden fahren, ihn zu überraschen und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und yo, let's go! Wir sind jetzt angekommen in Wiesbaden. Der Patrick weiß immer noch nicht Bescheid, dass wir hier sind und den werden wir jetzt mal überraschen. Er hat ja am Dienstag jetzt Geburtstag und ich bin das Geburtstagsgeschenk. Musik Überraschung gelungen? Ja! Yes Maine! Oh yes! Baby! Jetzt gehts los, wir gehen uns jetzt eine Flasche Versickel holen. Da wird mal angestoßen und mal ankommen hier und was essen. Stoßen wir mal an auf den Juden Patrick, dass er uns jetzt drei Tage ertragen muss. Oh yes Maine! Ja! Ja! Wo ist meine Bürste? Mami! So, wir warten jetzt die erste Nacht hier im Hotel. Ich glaube, wir können beide sagen, wir haben relativ gut geschlafen und jetzt geht es ab zum Frühstück. Wir gehen jetzt in die Stadt, nach Wiesbaden Mitte. Dort wartet Patrick schon auf uns und dann werden wir mal die Stadt ein bisschen unsicher machen. Wir stehen jetzt am Wiesbaden, oder? Wiesbaden oder oben, genau. So Leute, heute ist der 7. September, das heißt, der Patrick, mein Bruder, wird heute Geburtstag. Wir treffen uns jetzt mit ihm, dann werden wir heute ein bisschen am Rhein spazieren gehen und eine Kleinigkeit trinken, etwas essen. Und wir nehmen euch auf jeden Fall wieder mit. Patrick, wir sind auf dem Weg. So, wie fühlt sich es an? 18 Jahre alt, 18 jung? Ja, ich glaube, ich kann es schon mal in Rheinz-Riener kommen. Ab ins Altersheim. Ein Ritual aus Südtirol, bei mir jedenfalls. Es braucht einen Klopfer zum 18. Einmal für dich. Alles klar. So, Mama? Nehmen wir doch Wasser. Ne, 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 mit 18, da gibt es kein Wasser mehr. Ex oder falsch? Ex oder falsch? Also, wir haben hier unser Getränkebox mitgenommen. Und jetzt trinken wir mal auf dem Patrick Erwachsenenbecher zu seinem 18. Frozen. Tschüss. Happy Birthday! Happy Birthday! Also, für jede Scheiße, die du jetzt baust, kommst du in den Knast? Nicht, Mama? Ich habe nichts mehr damit zu tun. Die Strafen musst du bezahlen. Es gibt eigentlich nur Nachteile, wenn wir Erwachsenen. Ja, ja, nee. Ich habe nichts mehr damit zu tun. DJ Mami, gib ihm. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Die Gäschlankenbaden, Saneran, sind für mich mal meine Figur. Ein Wunder der Natur. Und halbes Heiß und Heißgefühl. Wicke ich mich. Du bist ein Ranton. Ranton. Hinter dir. With me, yeah. Dance with me. Servus. Dance with you. Das ist Hippie. Hippie live. Ahah, ha, 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 ha! H H Das war's für heute. Patrick, wir verabschieden uns jetzt. Die drei Tage sind vorbei. Ich hoffe, du hast dich gefreut, dass wir da waren. Auf jeden Fall. Mit ihm. Hab euch lieb. Yay. Das nächste Mal treffen wir uns wieder in Südtirol. Fettfeder. Dann gehen wir peepeln. Peepeln und lebsen, die erleben. Jetzt kommt nur noch die Heimfahrt. Dann war es das auch schon. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit uns drei. Hier mal ein Video mit meiner Family. Dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.